Punk bedeutet für mich, dass mein Geld und meine Arbeit hier sicher ist. Du hast Bock? Dann bewirb dich jetzt bei der Volksbank mit Leste. Hallo, ich bin leider nicht. Hallo, ich bin Leon Arcazioni. Und jetzt habt ihr eine Minute Zeit, euch das einzubringen. Weißt du alle? Nein. Auf Deutsch. Schere, Stein, 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 Stein. Okay, Lara, du fängst an. Ich habe eine Schere. Fernsehtiefgerät. HSG Insights Zeitung. Ja, sehr gut. Dauerkarte von Wetzlar. Stift. Schal von Wetzlar. Bodylotion. Schreibblock. Schreibblock. Papierblock. Einen kleinen Box. Und Stempel, danke. Bist du jetzt oder nicht? Du. Du bist. Ich weiß nur noch einen. Ich glaube, zwei. Ich glaube, zwei. Ich weiß das. Blumen. Bänder. Ah, ja. Sehr gut, Männer. Ja, genau. Stimmt. Kleiderbügel. Für. Ja. Es sind noch drei. Noch drei. Wie heißt das? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Bänder oder einfach so diese Schal. Weißt du, diese nicht normale Schal. Ja, Bänder. So. Weißt du noch was, Männer? Dann hat Leo geworden. Danke, danke.